Willkommen zurück bei Team gegen Team. Steela darf sich jetzt im Spiel 3 ein Teamkümmerrad aussuchen. Hat schon Nils genommen im nächsten Spiel. Finde ich schön, dass ich mal genommen werde von ihm. Das Spiel wird nämlich Ball 3D sein. Aber nicht der normale Fußball-Modus, sondern der Racing-Modus. Nicht das Rennen, sondern der Fußball-Modus mit den Autos. Nicht das Autorennen. Also wir spielen Auto, aber mit dem... Wir spielen quasi Auto-Fußball. Du hast mir den Racing-Modus gesagt. Das ist für mich das Rennen. Du kannst auch von mir jetzt noch den Team an der Wechseln. Nee, passt schon, ich bleib bei mir. Okay. Ja, das ist mal was anderes, sag dir. Okay, jetzt geht los. Ey! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, fuck it, vielleicht mal voll gucken sollen, wie man die Kamera wegs. Ich geh ran. Boah, stark. Ah, was soll ich? Nein! Ich werd einfach Nils mal ein bisschen wegdrehen, wenns irgendwie geht. Echt, das ist total scheiße, Mann. Ja, das ist wirklich scheiße. Oh nein. Oh! Nein! Ja, Nils, Nils! Nein! Okay, 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 okay. Es hat aber nein, er hat mich ausgenommen. Nein, er hat mich ausgenommen. Ah, schön. Oh, kommt einer. Ich weiß, das Spiel goldig. Es sieht schon mal vielversprechend aus. Nein! Ich find's besser als Rocket League. Ich bin auch die Grafik einfach deutlich besser als nur. Oh! Oh! Riesenchance. Oh! Oh nein! Jetzt Gas, 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 Gas! Du fährst! Du fährst! Du fährst! Oh, verdammt! Oh! Zurück! Oh, das! Oh! Oh! Kein Stark von Sheila! Bitte, bitte, bitte! Oh! Leo dribbelt! Ja! Soll er mal machen! Oh, die Steinball! Hey, das ist viel schwieriger mit denen auch... Was? Muhtar! Oh! Oh! Das war das Eigentor! Jaaa! Und das 1 zu 0 führt... Nils und Stiller auch! Oh! Oh! und die riesen chance und der direkte ausgleich ach das war lennart ich dachte das ist leo sie wussten aber lennart ist ein ball 3d talent jetzt nils jawoll nein die mitte das macht schon für mich hier ein harter bitte das stil und feierblatt was für ein dribbling ich will mit den autos überfordert den bällen haben bis jetzt auch immer gespielt und als rom stil mit dem mit dem mit dem mit dem beitrag ist gerade halbzeit pressschlag was für ein dribbling oh das war gut was bringt mir jetzt hier hallo würde gefährlich dass die lautete natürlich locker ab das ist total spielten zu händen und jetzt der wie selke jetzt hör mal auf hier das ist schon eine tiefe beleidigung jetzt hier das ist ein kleines missverständnis hier bei team blau nein nicht auf mich feierblatt muss nur in die mitte legen also team blau auf jeden fall hier mit den besseren chancen ich fühlte mich an ich fühlte mich auch keine kontrolle ich fühle mich total die bewegung ist auch so scheiße ja wir fühlen ja alles gut oh nils jetzt das war sehr gut gemacht ist ganz starke drehung das war ja das war schon wieder da oben er kommt nicht mehr runter ich brauche mal ne pause hier hallo ja leo lass dir Zeit ich nehme den Ball jetzt mal mit ich bin zu feiten mit auto oh nein oh die riesenchancen jetzt für leo und er schiebt den Ball ganz locker über die linie sorry ne ich weil es eigentlich Overtime dann ich brauche mal ganz dick ein paar Punkte in dem Spiel ja gibt es oh oh der direkte Schuss nein leo kann hier noch gerade so operieren ja da geht das zu oh ich hab ok ja wo ist der wo ist der Ball da oh oh das ist so ein bisschen wie sie da außer von leo da auspacken sollen was soll ich jetzt ah ok nein oh gott oh gott misst du oh jetzt knapp 40 Sekunden oh oh und leo nochmal gegen Stilau aber Stilau klärt den oh nein hier hier oh der rückt was etwas riskant ja die zweite war besser und hier wieder ein harter zweiter nee das machst du oh Spiel ist in 20 Sekunden vorbei ey wenn Linnert sich ein Tor macht oh könnte jetzt nochmal ganz knapp werden hier könnte es jetzt in die Overtime gehen denn dann seht ihr noch mehr von diesem von diesem oh nein eh von diesem tollen Spiel nein aber jetzt nochmal noch 8 Sekunden für Leo um das Tor zu schließen aber er verpasst und er verpasst nochmal das ist mega schwierig mit uns und jetzt gibt es die Overtime das heißt Golden Goal das nicht so toll entscheidet alles klar oh ne ey hallo ah er hat nur berührt Lefferli oh 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 gut gemacht Nils er läuft mal hoch diese Drehung Javi 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 nein oh oh er spielt hier mit der Bande ah das ist so fein mit dem Auto und dann spielt er spielt er nochmal mit der Bande was war ich Silo mit Ballschiff Silo Silo will da einfach nur ein bisschen die Zeit unterlaufen lassen ich weiß halt nicht ob ich dich jetzt so offensiv stehen ja in der Overtime ja in der Overtime oh und Leo jetzt jetzt kommt die Flanke oh da ist Silo da sollte die Flanke kommen ey dass die Scheißspieler der hier macht oh ne ey oh und nochmal Leo jetzt ist das das Tor das war richtig das war stark das war stark Nils Dankeschön dass du ihm ein paar Punkte schenkst das war so dumm hier Man of the Match ist aber länger hart geworden sehr schön hart geworden Nils sowas hätte ich wirklich einfach Lusche das war einfach nur so dumm ich kann halt nicht Konzentration übernachten und so umhalten nein damit hat Leo jetzt führt die Tabelle an mit vier Punkten oh man man hetzt noch dahinter kommt Stila mit drei und dahinter Lennart mit zwei und der Nils der steht noch hier ganz ohne Punkte da ja gut das erste Team gegen Team bleibt jetzt übernir ja der kann ja noch alles aufholen ich hab bei dem bei den Quiz war ich zweiter aber aber nichts gemacht irgendwie oh mein Gott zu Dank noch nicht ähm ja wir gehen gleich ins nächste Spiel das ging jetzt ein bisschen schneller ich beende erstmal die Folge und dann sehen wir uns im nächsten Spiel bis dann